Jetzt möchte ich auf Video zurückschalten, geht aber nicht. Es bleibt auf Zeitraffer. Foto funktioniert noch, Video geht nicht mehr. Dann probiere ich ein Update zu machen. Das Handy ist verbunden mit dem Internet über LTE. Ich gehe hier auf Preferences. Updates. Die Kamera meint, man soll sich mit der Capture App verbinden. Die Kamera ist mit der Capture App verbunden. Weil das hier ist die Capture App.